Normalerweise haben Katzen sieben Leben. Alle Katzen? Nein. Manche sind scheinbar unsterblich. Oder sollte ich lieber sagen, untot. 1337 brachte ein fränkischer Kaufmann von seiner Reise nach Ägypten eine Katze mit nach Hause. Der damalige Lehnsherr starb eine Woche später an einer mysteriösen Krankheit. Die Legende besagt, die Katze hätte sich nachts auf das Gesicht des Mannes gelegt und seine Seele eingeatmet. Bis heute gibt es immer wieder unerklärliche Todesfälle in der Gegend. Angeblich schleicht eine herrenlose Katze im Wald herum, die arglose Wanderer aus Mitleid mit nach Hause nehmen. Man findet sie dann kurz darauf in ihrem Bett. Mit weit aufgerissenen, angstvollen, starren Augen und schlohweißen Haaren. Miau. Wo sie wohl jetzt gerade wieder rumschleicht? Die unsterbliche Katze von Bogenherr... Die unsterbliche Katze von Bogenherr...